Plaszewo ist ein Dorf im Powiatzlapski der polnischen Wojewirtschaft Pommern. Geografische Lage Plaszewo liegt in Hinterpommern, etwa 16 Kilometer südlich der Stadt Slask und 22 Kilometer östlich der Stadt Slavno. Durch das Dorf, das in einer Talmulde liegt, fließt ein Bach. Geschichte Plaszewo war ein Rittergut, das sich als Lehn im Besitz der Familie Böen befand. Zu einem Teil ging das Gut 1690 an Georg von Wobesa, dessen Sohn Ewald Reiner von Wobesa den übrigen Teil später hinzu erwarb. Im Jahre 1742 erwarb der Landrat Alexander Dietrich von Puttkammer das Gut. Im Jahr 1766 löste Christian Wilhelm von Böen einen Teil des Gutes wieder ein, und nachdem das Puttkammer-Scherestgut in Konkurs gegangen war, konnte er das ganze Gut wieder in seiner Hand vereinigen. Um 1784 gab es in Wendischplasso ein Vorwerk, eine Wassermühle, acht Bauern, vier Korseten, eine Schmiede, einen Schulmeister und insgesamt 20 Haushaltungen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Gut von der Familie Böen an bürgerliche Käufer veräußert. 1925 standen in Wendischplasso 52 Wohnhäuser. Vor 1945 gehörte das Dorf, das 1937 in Plassenberg umbenannt worden war, zum Landkreis Stolp im Regierungsbezirk Köslin der Provinz Pommern. Auf der 1581 Hektar großen Gemeindefläche befanden sich die vier Wohnplätze Plassenberg, Klimperkarten, Kunzokolo, Zaunke. Von diesen Wohnorten war Plassenberg der größte. 1939 wurden in der Gemeinde 95 Haushaltungen und insgesamt 437 Einwohner gezählt. Im Februar 1945, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, befand sich eine Stabsabteilung in dem Ort, die sich bei Annäherung der Roten Armee nach Stolp absetzte. Am 6. März begannen die sowjetischen Truppen mit der Einnahme des Ortes. Erst am Abend des Tages wurde der Befehl zur Räumung des Dorfes gegeben. Der Flüchtlingsstreck wurde bald darauf überrollt und die Einwohner kehrten am 10. März 1945 wieder in ihr Dorf zurück. Nach Übernahme durch neu zugewanderte Polen wurde das Dorf in Plaszewo umbenannt. Für Kinder deutscher Familien, die nach Kriegsende in Plaszewo geblieben waren, ließ die polnische Verwaltungsbehörde seit 1951 52. eine Schule zu, die jedoch einige Jahre, nachdem die meisten Einwohner vertrieben worden waren, wieder aufgelöst wurde. Im Jahr 2006 hatte Plaszewo 184 Einwohner. Verweise Literatur Karl-Heinz Pagel, der Landkreis Stolp in Pommern, Lübeck 1989 S. 770-773 Ludwig Wilhelm Brüggemann Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des König- preußischen Herzogtums vor und hinter Pommern Teil 2, Band 2, Stettin 1784 S. 990-991, Nummer 100ste Weblinks Darstellung von Plaszewo auf der Website der Gemeinde Gunthard Stüss und Pommerchee Forschungsgemeinschaft Der Wohnort Wendisch Plasso im ehemaligen Kreis Stolp Punkt Fußnoten Website der Gemeinde Kobülnicker, Plaszewo 14. Dezember 2011 Rolf Straubel Biografisches Handbuch der preußischen Verwaltungs- und Justizbeamten 1740-1806 München 2009 S. 759 Karl-Heinz Pagel Der Landkreis Stolp in Pommern Lübeck 1989 S. 773 Lübeck 1989 S. 701 196 Stة Belieck Mikey Quile zu einem Demieck Lebeck Quile zu einem Terrible Elbeck Verwaltungsugrul